Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Skytime. Heute spiele ich eine Runde Team der Fetch auf der Geilmap Havok. Ich bin nachgejoint in der kleinen Runde. Hier versucht mein teammate einfach reinigen mich rumzuspray um einzuholen. Und das gelingt ihm sogar. Wenn euch schon mal das Video gefällt, dann könnt ihr ja jetzt schon Daumen hoch nach oben machen. Und wenn ihr möchtet, müsst ihr nicht. Hier wurde, hier bekam ich meinen allerersten Daumen rein durch den Ripper Angriff von dem lieben Summit. Hier habe ich einen kleinen zurückversucht, aber der funktioniert ja nicht. Dann ging ich sofort zurück und probierte die zwei um Spawn zu holen. Aber den einen bekam ich den anderen nicht mehr. Da bekam ich den zweiten Daumen noch rein. Ich habe jetzt auch noch fertig. Hier bekam ich einfach irgendwie einen Hitmarker. Ich weiß selber nicht von wo und von wem. Hier war einfach gar keiner. Außer der mit der Shotgun, aber der hat ja nicht so eine riesen Range um mich zu treffen. Denk ich mal. Hier, ich habe eine Kinetikrüstung relativ gut eingesetzt. Ich wollte jetzt drei Mann Feed. Hm, Dreifachabschuss. Wunderschön. Da haben wir jetzt Drohne und Kontrolle. Da haben wir jetzt Drohne und Kontrolle. Hier war ich jetzt 385 Vorhater. Aber in der Runde erreiche ich leider gar keinen Hater, weil ich starb zuvor. Ja, hier starb ich. Die Zeugstück hatte ich einfach keine Chance. Mit der Form P. Einen wunderschönen Double Kill. Die Kinetikrüstung habe ich einfach so ohnehin sich eingesetzt. Das hat einen geholt und eigentlich eher soll sich nichts mehr der hat mich er gerippt. Ab jetzt spielt ich schon 16 zu 4. die Akademie ich hab ich hab voll verbessert der blockierte mein Team ich dachte ich sterfe ich hab den Slapper den Kamenschläger nicht mehr Achtung zu tun KD hat sich für Schlechter KD KD die E-T-Königstung habe ich jetzt auch wieder die war komplett unnötig die war einfach gar kring Gegner niemand war hier eigentlich und dann wenn sie weg ist killen, kommen zwei da wollte ich einfach weg, Junge die E-T-Königstung die sie weg er ist lässt das hat mich auch nicht weiter ich bin einfach nach oben abgehauen wie gesagt man wollte eigentlich noch einen Kill machen oder zwei fehlen ja die Runde ist ja eigentlich bald vorbei deswegen bin ich ja schon hier runter gegangen ab dem Deckel und wollte uns reichen gehen aber hier war eigentlich eigentlich also das ist der 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 Reingehauen Reingeschauen